Das Amtöuer geht weiter. Hallo, willkommen zurück zu Spiro, der Drachenjunge, dumm, dumm, dumm. Ja, äh, Crifthorn, los geht's, weil wir da noch nicht waren. Ich glaube, wir waren hier schon. Ja, wir waren hier hundertprozentig. Ups. Kann ja jeden passieren. Äh, ja. Das war aber der dritte Teil, äh, dritte Teil von der dritten Folge. Dumm, 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 dumm. So, Eislevel, Heikovern. dort ist ein naja ich finde es eine schlechte in diesem spiel du bist gefällt mir nicht was ich nicht daran ist es nervös schon das dritte teile zu bei aber das ist nicht der hauptgrund ich glaube ich habe das übersehen oh mein gott i'm scared but you should be nein du wirst keine schnee bilder und ich habe nichts verpasst um so ich weiß kamera der meise ulrich schlechter name und greift die großen feinde erst an wenn du so groß geworden wie ich du bist nicht groß und nichts da gut irgendetwas doch kamera ließ am hallo hallo ob ich die ganze zeit daneben renne kamera ist ja wundervoll bewegt ja das was wir an die lison in kamera wie war das ich glaube es war anrahmen jawohl es ist erinnert an die letztes von suk sui der zehn probleme weil ich wusste dass man die anrahmen kann und in der eishöhle können sie darin leicht ausrutschen warum hat das abgab geredet dann echt nicht gut hätte man schnell dass einen code ändern könnten wenn du damit es besser klingt beziehungsweise auch besser denn akten sprechen das so spaß weiß klang richtig abgehakt und ein gott daneben schon wieder zurück das was backtracking zu gehen gut klappt er kann ein bisschen unvorsichtig herumlaufen nicht nämlich nicht noch hat der maul andor danke dass du mich befreit hast danke wo war der schlüssel sogar dort bin ich dumm bin ich dumm ich hätte sozusagen kein backtracking machen müssen ich hatte diese fast alles übersprungen bin ich dumm was so dumm ja ich bin dumm gut dass wir es geklärt haben willst du noch ein bisschen die augen aufmachen dann hältst du es auch groß pixel ich meine der edelstein war da bestimmt nicht umsonst wenn die kammer wikt sich ja so schon das sagt da ist eine plattform da muss ich bin nur spaß steht ich mache ja nicht weil ich denke ja es ist irgendwo drauf wo man auch ohne diesen flugchen erreichen kann doch auf solche solchen dingen komme ich einfach nicht weil ich zu dumm bin alter ist halt echt maximal bad hallo sowie die kamera mein leben halte ich kann nur so dumm sein kann die kamera nur so schlecht sein ich bin vielleicht jetzt unnötig die ganze zeit hin und her gelaufen einfach nur weil ich dumm bin im kopf und ich nix gelernt habe wahrscheinlich habe ich eh irgendwo in den edelstein übersehen in den überstein edel sehen ja und muss jetzt eh das ganze zurücklaufen bestimmt so ist fett ein einzelner kind hier jeder ich dumm oh shit aha dich hätte ich beinahe übersehen wort ich habe da ich hatte welt gerade jemand gewesen auf der hallo zonari ihre ich nur noch einer gut nein ich nehme ich diesmal nicht mit schwer Run. So, ich frag mich, ich hab mich schon immer gefragt, wie man da oben hinkommen soll es irgendwie anscheinend irgendeinen Weg geben, den ich noch nicht ausgefunden hab, ich bin schon von da oben aus, nee, zu weit, komm jetzt machen wir dich, Escher, Danke, dass du mich befreit hast, du alter Sack, gerne geschehen, Spaß dir, So, und hab geschafft's, jawohl, Die Witsch, ach, das war so, er ist ziemlich knapp, oh, die shit, Oh, mein Gott, dass er mich nicht getroffen hat, ach, Trottel, Bam, bam, Noch einer, oder? Anscheinend Nicht, okay, gut Zack, geschafft, so, immer schon vorsichtig sein, nicht, dass man das zu sehen im Abgrund rein springt, rein rennt, wo der gesagt, Amt, da ist noch irgendwo einer Nicht getroffen Ach, letzter Tod Verdient 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 3 Jawohl Okay, wenn das hier ein Einser ist, dann bringe ich mich um, okay, geschafft, Ragnarok, äh, ich meine Ragnarok, du hast dich wacker geschlagen, Spyro, eingedachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit, bereit für was? Hauptsache, erst mal zu stimmig, was, Büro? Spür, du kacktache? So, jetzt mal gucken, ob ich auch wirklich alles habe, jo, easy, weiter geht's. Oh mein Gott, es war so knapp. Und noch ab nach Hause Boah, 12 Minuten nehme ich noch auf, na gut, mit dem Fail am Anfang. Bis zum nächsten Mal. Daher kann ich schon nennen Escape begins. Yeah, skr-do, du? I-Ja, skr-do, du? eigentlich dachte ich da wird ins getriggert aber manchmal war es nicht so konnte mich aber daran erinnern dass irgendeiner inseln getriggert wird aber ich habe genau was passiert wenn die rund abfallen also wo denn die steine landen nicht dass sie direkt am anfang landen wenig sind zugestimmt und ich dann das ganze durchgehe wieso denke ich habe ja alles eingesammelt und am ende die fehlt ein edelsteiner pechkraft hier kommen auf die weise da bin ich einmal sieht nun mal sicher ja schon nix verpasst gut halte ich dass sie die stelle und man kann es hier nicht decken ja wohl mein gott um die ecke gesnippt die kunst du bist dass ich da bin der bastard so dass ein einziger edelstein kaufner zur schweiß plattform es ist so schwierig dieses schweiß plattform zu erreichen ich bin ja ein weltbekannter speedrunner kamera ein bisschen höher danke ich bin komm schon komm schon komm schon jawohl das kommt mir auch noch denn schnell den schlüssel und gehen weiter wobei mein schlüssel von jumaus erreichen kann und dort halte ich mir ein bisschen schneller das ist auch nichts gut rondo rondo dieser typ hält sich für so cool du kannst dir nicht vorstellen wie es war ihm zuhören zu müssen aber eins kann ich dir sagen er sollte sich besser vorsehen der wixer gut hier ist nichts da bin ich hängen geblieben ein gebliebenes kind bis ich war noch im bus steht auf jawohl er schlägt auf einen in a spüren schon ewigkeiten ist im bus gemacht habe man hat auf jeden fall zu 60 nusko er hat auf jeden fall style gemacht wenn zu 60 nusko das ist der husk in the beginning of e6 sagen würde Eheh 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 So husk Der husten Justen wir am husten Da schau Eheh eheh Oh meiner Eheh eheh What the actual fuck What Why Why Ich bin in diese Ecken da An diese Stacheln abgerutscht Und ins Wasser gelandet What the fuck Als mir das passiert ist Ich werde es niemand anderes bis jetzt passiert Ja ich bin ein Erste Äh Ich bin auch der eine auf YouTube Erste Schreiber Na erster Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster Zweimal der und sah 128 28. 2825 Das war knapp Ihr seid aufhören zu rennen Wenn ich nicht rennen muss Jolo Du Du Und sollten jetzt hier das Level gemacht haben Außer das eine Aber ich will vorher das erste Fluglevel machen Oh ich hätte erst verraten was ich finde Das Können wir es jetzt machen Können wir es jetzt machen Jetzt wo wir die zweite Welt komplett gecleat haben Können wir da das erste Flug in der ersten Welt machen Und dann müssen wir das ersteríe das Fluglevel in der zweiten Welt machen wenn er was ziemlich spiel erstes flug mal level machen der zweiten welt verstehst war nicht aber wenn spiel meint denn meint ist das spiel so ich bin ja anscheinend nicht so hochbegabt wie der tim liebe zum antonomi Ein Mann! Ja, ein Mann! Ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ihin Mann! mio Freund Schaun humanitarian Wunder Wunder schön dann bin ich hängen an luft zu level night flight zum night level kann man auch sagen aber das ist das erste night level so okay was fliege i believe i can fly and cannot touch sky bis wir das erste ja richtig ich habe das vergisst man wollen bürger stimmers ich war gestalt immer bei diesem flug fußbind ist dann muss erstmal überlegen dass die bürger taste und das tasten tasten gibt es überhaupt eine bürger taste muss vielleicht ein traumattack machen wenn du da mal hammer attack macht dann schiff sind ich weiß okay so dumm so ziemlich stumm es war ziemlich stumm ich weiß jetzt nicht wo die restlichen sind es war ziemlich stumm oh mein gott 9 8 7 6 5 6 5 oder 1 und nein verloren dann wartet hat schon mal spaghet wo ist das nächste und es war kaffert das ist halt echt um eine versuchung ja und los geht's ich hätte ich hätte den leuchten den leuchten machen sollen es einfach dumm ich bin ja wie tat das wisst ihr alle das ist eigentlich so easy aber wer so dumm ist hat verdient zu verlieren ich fühlte ich fühlte jetzt nicht ausprobieren kann man höher oder in und mit ihrer fliegen und also eine seitwärtsbewegung machen ich habe jetzt 1000 sekunden mehr zeit das nur weil ich eine sache anders gemacht habe ich bin dumm ich bin halt literally dumm holy shit ich kann nur so dumm sein ich bin das kann halt echt nicht wahr sein als ich den leuchten leuchten ich treffe wie geht halt kann man nur sein wenn ich schaue so an die dick sind die konnte ich die nicht treffen ich meine so dumm kann halt ich keine person sein bei gott fack bin spielen darf es kann doch ich nicht wahr sein das ist doch eigentlich so einfach zack easy zack easy zack easy noch mal easy noch mehr easy und noch mal easy guck ist das ist doch so einfach als ob ich das verkecke zwei mal hin zwei drei mal nein nicht noch mal versuchen hat die kann nur so dumm sein vielleicht alter es hätte halt super schnell gehen können fünf minuten oder so na gut nicht fünf minuten erwarten es was muss mich heute was es in die komplett scheiße verperformed und jetzt hier ich bin halt echt kacke ich kann es besser beschreiben das ist schon konstruktivität kritik ja man kann halt alles besser machen so wirklich alles so scheiße bin ich halt so scheiße wie ich bin da kann man einfach nur alles besser machen das kann man einfach nur scheiße bezeichnen schon konstruktiv kritik so kacke wie das war lecker what the fuck so und jetzt funktioniert bitte jetzt nein immer noch nicht gut denke ich halt erst mal in dritter welt macht die dritte welt komplett vielleicht funktioniert es dann ich weiß es ja nicht das ist nicht nur streifel machen aber ich habe es nie in einer bestimmten vorgemacht ich habe es jetzt immer nur ich will auf ein denn die nächsten 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 ich bin halt grad getötet von meiner eigenen aktion jetzt bin ich ganz schön doch nicht mit deutsch kann ich und da kommt doch diese bilden auf der welt noch ein es gab es gibt sie mehrere mehrere von diesen eiern aber in diesem bereich gab es mehr und diesen eiern nicht so gut dann ist ja gut so kosmos kosmos und wanders das welt bitte befreit die drachen finden unseren schatz und nimm diesen elenden blauen dieben die drachen also hat er gerade noch mal ein bisschen spiel beschrieben gut wunderschön ach daneben zwei von zwei daneben von beiden seiten aus begegnen haben zweimal daneben geschlagen und jetzt haben wir wieder einmal daneben schon so dies natürlich aber mein gott Nein, 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 nein. Oh, schon. Ach, dammit. Flöge Schiffen ist. Egal wie gut man Twisted. Hohohoho. Wir werden uns schiffen. I will find you. And I will kill you. Gut. Ab. Das war scheiße. Alter, es war easy. Wurde gerade meine Animation gecancelt. Wurde gerade die Einsammlung durch den Schmetterling 4 abgewehrt, abgecancelt, abgebrochen. Alter. Der Mechaniker Woche. Willkommen zu Mechanik der Woche. Und das ist nicht schlecht sein. Das ist die beste Mechanik, die man machen kann. Zandro. Ich war extra mit Zander. Wenn du diese Pfeile siehst, kannst du einen Supersprint starten. Supersprint, klasse. Los, versuch's mal. Supersprint. Das hört sich doch super an. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehehe. Okay, das war scheiße. Puh. 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 jetzt muss mir hoch und dann irgendwie jawohl und ich bin noch gut erinnert kleines kleingeld hat ein bisschen kleingeld ist nicht in der um bettlich ja weil ich kein kleingeld hat hat er so ein bisschen klingelt na gut ich mach dich jetzt schon casual flight boulder ich weiß noch als ich ein ganz junger drache war und mir meine flügel dann hinter fliegen lernen alles klar noch nicht am mund bewegt was dann christoph light ich kann schon für viele menschen wir haben unsere grundstampfattacke nicht unsere stammversage haben wir nicht was wir jetzt tun und justen wir haben ein problem und husten auch das hätte ich getötet wollen mich getötet er hat mich nicht geführt aber ich will es ist jetzt wird es jetzt wird es ist ein letzter bitte sei es ist okay das ist der letzte geil und dann geben jetzt alle willkorn logisch durchgehen so mit euro das ist gut alpine witch aber das macht jetzt oder das macht erst im nächsten part wir sehen uns dann